Das klingt lustig. Da rechts umholt, muss man nicht mehr auf. Ich fang mal hier an. Geh auch mal mit Dortine mit. Boah. Ah, dann kannst du den nicht weiß, oder? Ach so. Ja, äh. Womitann sind alle belegt, ne? Philipp hat einen, glaub ich, ne? Ja, ich warte noch bis die Geistern hol ich mir den. Wer steht denn da hinten drin überhaupt? Hab ihn. Oh, aber der ist blau. Sonst ziehen wir den Platz bei dieser heutigen Mobs wegziehen oder so, ja. Dann rennt ja alle schön im Kreis rum. Jetzt ist er rot. Kann ja sein, dass wenn man neu rein in so einen grünen Kreis, dass da neue Mobs kommen? Oder war es grad Zufall bei mir? Ne, die kommen die ganze Zeit lang. Aus dem Kreis kommen die in regelmäßigen Abständen. Verderbnis, Quelle und Toter Gespenster Champion. Wenn, wenn ein Mob drin steht, ist es so, da ist es okay. Sobald zwei kommen, wird er halt wieder rot. Aber irgendwie, wenn die nicht aggro hier. Die pesen einfach raus und ich kann hier stehen bleiben. Ja. Ja, du musst dich irgendwie ganz an und raus stellen. Wenn wir auch grad da hinten drin. Genau, wir sind am äußersten Rand hier. Die Geister spawnen und flitzen einfach weg. Wen bin ich quasi egal. Also irgendwie ist der Boss auch noch. Ne? So, ganz müßlich raus. Das war das. Weiß jetzt nicht, ob der jetzt schon down ist oder ob wir den jetzt noch benutzen müssen. Ne, jetzt kommt noch Runde 2. Ja, jetzt können wir ihn verprügeln oder was, ne? Na, noch hat er immer sich töten, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Äh, jetzt kann man auch mal rum. Ja, das kann ich auch sehr gut außen. Was ist das? Ja, ja, das kann ich auch machen. 3 zu 1 bei euch. Ich schaue jetzt mal ihn gleich hinterher. Jetzt können wir auch mal hin. Ja, das kann ich auch. eigentlich läuft das jetzt gut an mir der kann auch irgendwie der macht dieses verderbnis drauf ich weiß nicht ob es mich irgendwann ich habe immer 0 auf die draufgepackt wenn du da bin hast du dabei zufällig einfach die stadt 0 fällt um die stadt nicht du kannst auch nicht abschneiden da müssen wir aber wechseln ja da wird wahrscheinlich dann werden nach einfach schnell da und nach unten geht es mal so 26 wird dieses gepuste Doch, richtig schlimm. So kannst du stehen, wenn du da vier hast. 13? Ja, du wirst es noch gar kriegen. Die laufen aber auch schnell aus wieder, ne? Ja, das ist so ein typischer Wechselmob hier irgendwie, ne? Ne, die laufen aber gar nicht ab, die Stacks sind immer noch 24. Ja, ich sag mal alle... Oh... Alle sechs Sekunden oder sowas verlierst du einen. Also wenn du... Außerhalb stehst. Ach, waren die da? Echt? Sicher? Nur kein einziges verloren. Immer noch 15. Nein, wir waren ein paar Hände tot. Geil einfach mal. Sicher, okay! Okay, ne? Ich sag mal, jetzt so ein Hindernis der hat auch nicht. Jetzt finde ich aber auch nichts mehr hier. Komisch. Nichts gegen den Ping-Pong-Spaar, aber an uns. Ha! That's it. Und doch noch ein bisschen. Ich hab nüsst. Ich hab nüsst. Nüsst. Das war ja nüsst. Nüsst. Nüsst.